Ein paar Minuten später dann auf der anderen Seite, Tennis-Borussia mal mit einem Freistoß, das ist Rockenbach-Darsilva und das ist ein Traumtor. An solchen Momenten kann man erkennen, dass Darsilva auch mal zu höheren Berufen war. Der Brasilianer lange Zeit für Erfurt in der dritten Liga auf dem Platz, sogar zwei Spiele in der zweiten Bundesliga stehen in seinem Lebenslauf. 2 zu 0, die Führung zu diesem Zeitpunkt verdient. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.